Ja hallo und jetzt kommt zunächst ein Hack. Er heißt Yoshi is Trapped von CFP Chris und ja, ran ans Werk. Oh, das ist ein anderes Intro. Und die Koopas haben Sonnenbrillen. Das sieht gut aus. Sieht schon mal nicht schlecht aus, sieht schon mal aus wie ein Hack, der ein bisschen ausgefochten ist. Marius in einer fremden Welt gelangt, auf ihn wartet eine mysteriöse Burg. Diddle-Dim. What the hell? Hilfe Mario. Einer meiner Freunde hat sich in der Burg verlaufen. Kannst du ihnen heraushelfen, Yoshi? Okay. Ähm, die Burg. Machen wir mal die Burg. Yoshi is Trapped. Ah, das war schon dumm. Das war ebenfalls dumm. Er gesagt, das war immer noch dumm. Ich hab ja so gesehen, genau das gleiche gemacht. Schöne Sache. Die hauen nur mal ein paar... Oh Gott. Die hauen nur mal die Sonnenbrille vom Kopf. Oh, oh. Blöd. Hier müssen wir warten. Warten ist doof. Herr bitte. Herr bitte, Herr bitte, Herr bitte, 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 bitte. Äh. Toll. Hi. 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 Wir sind direkt am Motor. Ist das nicht toll? Oh Gott. Oh Gott. Das kann man nur, wenn man hochspringt und sich ganz dran hängt. Oh, das war ja süß Habt ihr das gesehen, diesen Block da? Der ist süß Und da gibt es sogar eine verkackte Feder Aber kriege ich die sogar ohne In diesem Level Verdammt nochmal zu sterben Toll, ich kriege sie, aber sie bringt Obwohl, doch Moment, Moment, das muss ich ja aussetzen So als Ich liebe ja, wenn man solche Herausforderungen hat Blödgestattet Na, ne, mein ich Das mach ich dann doch nicht Das ist mir dann doch zu viel Kommt hier denn alle her, Mensch Ja, auch noch eine Säge, einfach mal so Mitten in der Weltgeschichte Frisiert die da alles kaputt Tut, 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 tut Ich will hier unten lang Was ist da gerade eigentlich am Herzen? Oh, Entschuldigung Hab ich ein Ein Rewind gemacht Na, durch die Röhre müssen wir sogar Sonst wäre ich nicht durchgegangen Ich verstehe noch nicht ganz, warum es eine Burg ist Wir sind gerade irgendwie draußen Das sieht so aus, als ob wir im Weltall wären Oh, das ist nicht so schwer Oh, auch nicht schwer Ja, wenn wir auch reingehen würden Ah, da kommt jetzt ja der Burgpart Sehr schön Da war gerade ein Dings Falsch eingesetzt, glaube ich Oh, oh Gott Boah, das war Ein weiter Sprung Ah, das ist geil gemacht Sieht gut aus Oh Gott Okay, hier drauf Ach, weißt Ich hab den einfach schon mal aktiviert Mir ist jetzt Wurst Ich verzeihe ich noch, um da hinzukommen Ich hätte den jetzt ja auch einfach mitnehmen können Ah, aber wir haben seinen Freund befreit Schon mal, so wie es aussieht Ah, den brauchen wir auch unbedingt Sonst wären wir jetzt ganz schön mies gestorben Und Ähm Okay, nichts was sich in den Augenholen verändert Das war's für diesen Hack Bis dann, bis zum nächsten Mal Und Ciao